Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ja, ich weiß, es ist auch schon wieder ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal ein Video hier auf meinem Kanal hochgeladen habe. Aber meine Freunde, heute ist es auf jeden Fall wieder soweit und im heutigen Video probieren wir auf jeden Fall mal den neuen Brawler Bonnie in Brawl Stars zu ziehen. Ja, falls das Video gefallen ist, dann lasst ihr Kind jetzt schon mal einen Daumen nach oben, dann vergesst nicht meinen Kanal kostenlos zu abonnieren, um auch in Zukunft kein Mal das Video mehr zu verpassen. Ja, ab dann will ich sagen, reden wir gar nicht mehr länger drum herum, gehen wir gleich drüber in das Video. Okay, meine Freunde, wir sind hier auf jeden Fall auch schon in Brawl Stars und ich habe mir hier auf jeden Fall einige Kisten aufgespart, um hier quasi, ja, Bonnie ziehen zu können. Bonnie ist ja schließlich auch nur episch, dementsprechend sollte das Ganze ja auch nicht so schwer sein. Eventuell können wir auch noch ein paar Brawler Max machen, aber gut, ich würde sagen, wir schauen uns hier direkt mal die Brawl Pässe an, was wir uns auf jeden Fall hier aufgespart haben. Gut, das ist die aktuelle Season, hier haben wir auch noch einiges, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier in die vorherige Season, weil hier sollten wir auch noch ein paar Gegenstände haben, genau, ein paar Boxen haben wir auf jeden Fall noch. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal mit den Kisten an. Okay, Kiste Nummer 1, ich würde sagen, wir fangen direkt an hier mit der Megabox auf Stufe 40 und vielleicht ziehen wir jetzt direkt ja Bonnie, wäre echt cool. Okay, let's go, meine Freunde, Megabox ist auf jeden Fall am Start. Hm, wir brauchen jetzt 8 verbleibende Gegenstände. Okay, komm, gönn und... Ah, 7, da ist leider nichts drin wahrscheinlich. Okay, na gut, Ausschussmarke, nee, da ist auf jeden Fall leider nichts drin. Gut, vielleicht können wir aber auch noch ein Brawler auf Stufe 11 machen, ich weiß es nicht, wie lange wir hier brauchen. Okay, Publigerbox, gönn und... Nee, da ist auch nichts drin. Wäre cool gewesen, Gadgets können wir natürlich auch noch ziehen. 10 Gems für den nächsten Brawl Pass. Und wir ziehen die nächste Publigerbox. Aber auch klar, dass da nichts drin ist. Äh, dann gehen wir rüber zur nächsten Bigbox oder zur ersten Bigbox heute. Und gönn. 4 verbleibende ist leider auch extrem wahrscheinlich. Ja, war klar, mit 4 verbleibenden ist es sehr unwahrscheinlich was zu ziehen. Hm, und dann wieder 10 Gems. Kann man sich immer mal gönn. Okay, nächste Bigbox. Und gönn. 52 Münzen, viel zu viel leider. Hm, Publigerbox, komm, gönn. Ja. Aber ganz ehrlich, meine Freunde, die Publigenboxen, also die normalen Boxen, haben eigentlich früher immer am meisten gönnt. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung so ist. Aus welcher Box habt ihr die meisten Brawler gezogen? Schreibt das auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Mega-Box, mit Mega-Box Nummer 2. Okay, komm, und... Ah, wieder nur 7 verbleibende. Hm, wundert euch übrigens nicht, wenn ich manchmal vielleicht schon ein bisschen vor der Zahl unten rede. Also, wenn quasi verbleibende Gegenstände noch nicht dran steht, das aber schon sage. Das Problem ist, dass die Capture Card aus dem Video immer so, ja, so eine knappe Sekunde Verzögerung hat. Das heißt, ich sehe auf dem Handy das Zeug schon ein bisschen früher als ihr. Das ist ein bisschen real. Aber gut, okay, weiter geht's. Nächste Big Box. Und... Ah, 65 Münzen, ey, come on. Mit 65 Münzen, ey. Super, der mag uns auch gar nicht, ja. Okay, 53 Münzen. Und come on, Publigerbox. Oh, lol. Let's go, wir haben eine Ausrüstungsmarke gezogen. Okay. Hm. Hm, auf 108. Yo. Okay. Nächste Big Box. Komm. Ach, 70, Bro. Wir brauchen 30. Okay, Megabox Nummer 3. Jetzt aber, meine Freunde. Come on. Und 8. Und... Ah. Wieder nur 7. Das kann doch nicht wahr sein, meine Freunde. Das ist... Warum ist Bonnie so schwer? Die ist doch nur episch. Hä? Hä? Okay, 48 Münzen. Aber immer noch zu viel. Okay, Megabox Nummer 4. Das kann nicht wahr sein. Schon wieder nur 7. Ach, Mann. Aber wenigstens 2 Schildmarken bekommen. Okay, Publigerbox. Gönn! Wow. Super, Mann. Okay, schauen wir mal, ob wir hier vielleicht irgendwo eine Box vergessen haben. Wir nehmen uns natürlich die Champs auch noch mit. Vielleicht können wir uns die uns zum Schluss auch im Shop kaufen. Ah, da ist noch eine Big Box. Ja, 75 auch ein bisschen viel. 200 Gold. Die Pins lasse ich auto-collecten immer. Weil da bin ich immer zu faul, die eins zu sammeln. Beziehungsweise wir müssen hier alles einsammeln. Ich weiß nicht, welche Season. Das ist Season 11. Habe ich da einen Brawl Pass übersprungen? Ich weiß es nicht. Und momentan ist Season 12. Okay, das heißt, wir haben gar keinen Brawl Pass mehr auf Reserve. Aber gut, da fangen wir hier auf jeden Fall mal an. Als erstes holen wir es den Biker natürlich. Gönn. Biker-Koal. Nice. Oh, warte, warte, warte. Dass ich den noch nicht habe, ist auch schon ein bisschen peinlich. Erste Big Box. Gönn! 80 Münzen. Wow. Das ist echt krank, Bro. Okay, Ausrüstungsmarke. Nice. 10 Gems. Dann die nächste große Box. Auch Impossible, leider. Okay. Hm. Was glaubt ihr, meine Freunde? Schreibt auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, ob ihr glaubt, ob ich Bonnie heute ziehe. Oder ob ich sie mir im Shop kaufen muss. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was eure Meinung ist. Okay, 20 beliebige Ausrüstungsmarken. Mal schauen, welchen Brawler ich noch nicht auf neuen habe. Damit wir den auf jeden Fall hier hochbringen können. Hm. Die Frage ist, ob ich überhaupt einen Brawler noch nicht auf neuen habe. Oder ob ich alle schon auf neuen habe. Ne, hier habe ich zwei noch nicht auf neuen. Eve und Janet. Okay. Wieder 24 Münzen. Oder Ausrüstungspunkte. Dann würde ich sagen, gönnen wir die diesmal Janet. Vielleicht schaffen wir die Janet auf neuen heute. Okay, weiter geht's. Ah. Juge, Juge, Juge. Irgendwie gönnen die Box heute gar nicht mal. Das kann doch die Wahrheit sein. Hm. Okay, Megabox. Gönnen. Wow. Schon wieder nur sieben. Hä? Alter, das ist das langweiligste Opening, das ich jemals aufgenommen habe. Weil wir permanent nur sieben verbleibende ziehen. Okay. Hm. Ey, come on. Was sollte das? Hä? Come on, wir nehmen jetzt nur noch die Megaboxen. Ey, das kann nicht wahr sein. Alter, Bro. Die ganze Zeit nur sieben. Gönnen. Okay, komm mal, nächste Megabox. Jetzt aber. Gönnen. Alles klar, Bruder. Alles klar, Mann. Juge. Neun wäre cool. Jetzt aber, bitte. Was für sieben verbleibende, Mann. Bruder, ich brauche acht. Okay, come on. Ich sag einfach gar nichts, meine Freunde. Ich sag einfach wirklich gar nichts mehr hier. Was ist denn hier los? Juge, gönn jetzt. Komm. Drei? Was für drei verbleibende. Ach, come on. Junge, warum drei verbleibende? Wie viel sind das? 250. Okay, come on. Gönnen wir hier auf jeden Fall Eve. Ey. Neun. Let's go. Oh mein Gott. Wir haben Body, oder? Let's go. Einfach neun. Krass. Okay, meine Freunde. Das muss es sein. Neun verbleibende. Okay. Okay, die zwei blinken auf jeden Fall, meine Freunde. Jetzt müssen wir hier auf jeden Fall was ziehen. Okay, das erste ist auf jeden Fall ein Gadget. Ey, wehe. Jetzt kommt eine Star-Power. Ey, wehe. Jetzt kommt eine Star-Power, Mann. Dann bin ich mal so schnell hier weg, Mann. Komm. Oh, nee. Als ob wir zwei Gadgets gezogen haben. Oh, nein. Ach, viel schlimmer hätte es ja nicht sein können. Okay, come on. Jetzt nochmal neun. Wow. Wow. Okay. Was ist das für ein Opening? Hm. Ah ja. Nice. Aber wenigstens bekommen wir jetzt so komisch im Arken, dass wir aussuchen können, auf welchen Brawler wir die packen. Da haben wir wenigstens nicht das Problem, dass wir hier, ähm, wie heißt, ähm, ja, halt nicht unsere Brawler hier auf neun bekommen. Ja, Mann. Okay, nächste Megabox. Goon! Ah, sechs verbleibende. Dass ich die übersprungen habe. Was für ein Wunder, Mann. Ich habe einfach eine Megabox übersehen. Hm. Okay. Arzt, so viele Megaboxen sollten wir ja leider auch nicht mehr haben. Eine nur noch? Was? Okay, komm, jetzt nochmal. Ach, come on, ey. Ich habe keinen Bock mehr auf das Video. Okay, aber wir haben jetzt Eve auch auf neun. Da können wir die auch noch upgraden. Und dann würde ich sagen, machen wir doch die Bigboxen auf, meine Freunde. Und schauen mal, ob wir hier was ziehen. Ich würde sagen, ich skippe die einfach durch. In der Hoffnung, dass wir vielleicht was ziehen. Come on. Ey. Aber es wäre echt so unlucky, wenn wir einfach nichts ziehen heute. Das kann doch nicht wahr sein. Als ob ich einfach so verdammt unlucky bin, dass ich die im Shop kaufen muss. Ich will Bonnie gar nicht im Shop kaufen, meine Freunde. Aber ich glaube, es läuft darauf hinaus, oder? Ich weiß es nicht, meine Freunde. Aus Bigboxen ist halt auch ziemlich unwahrscheinlich, die zu ziehen. Oh man, jetzt muss ich sogar noch auswählen, auf wen ich die Powerpunkte packe. Es ist, glaube ich, wirklich einfach impossible, Bonnie zu ziehen. Also, ich weiß nicht, warum ist Bonnie so schwer? Also, wie schon gesagt, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, Bonnie ist ja eigentlich nur episch. Die sollte eigentlich echt nicht so schwer sein, zu ziehen. Aber irgendwie gönnt mir Supercellier nicht. Das ist ja echt abnormal, hä? Oh man. Ich bin hier so hart am durchskippen, ich weiß auch nicht. Aber irgendwie bin ich schon ein bisschen gebrochen, man. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich einfach nichts sehe. Und wir haben eine Starpower gezogen, stabil. Das ist doch schon mal nice. Hm. Okay, weiter skippen, Mann. Skippen, das ist es, meine Freunde. Wir hätten von Anfang an skippen müssen. Ja, dann hätten wir uns eine Menge Zeit gespart. Video geht jetzt schon elf Minuten, krass, Mann. Und wir haben immer noch nichts gezogen, hä? Das ist echt wild. Okay. Okay, ach Mann. Und schon wieder muss ich aussuchen, wo ich die Punkte hier packe. Okay, ich gönne es natürlich Piper. Wir machen Piper auf zehn, meine Freunde. Irgendwann vielleicht. Okay. Hm. Ne, wir sind gleich durch. Wir sind schon bei 41. Da kommt nicht mehr viel. Vielleicht noch zehn Boxen oder so. Aber dann war es das. Das ist echt elf. Auch hier wieder nichts drin, Mann. Nächste Big Box. Ne, meine Freunde. Das ist... Ich glaube, das Video ist wirklich over. Ich glaube, wir gehen ohne Bonnie aus dem Video raus. Die Menschen machen ein Opening. Machen übel viele Boxen auf und ziehen nicht Bonnie. Das ist schon echt hart, meine Freunde. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Also, real talk. Ich hätte echt damit gerechnet, dass ich Bonnie ziehe, hä? Aber jetzt irgendwie... Ja, es ist over, meine Freunde. Eine Box noch, ne? Ja, last try. Come on, gönn. Wow. Alter, Joke. Was war das denn für ein Opening? Das lässt sich ja gar nicht mehr Opening nennen. Haben wir irgendwo eine Box vergessen? Ich hoffe schon, oder? Komm. Ach, wir haben wirklich keine Box vergessen. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Hä? Vielleicht haben wir wirklich noch Season 10. Sprich, das kann nicht sein. Wir collecten mal hier die ganzen Pins. Aber normalerweise müsste man Season 10 sehen und nicht Season 11, wenn man Season 10 noch hätte. Dementsprechend müsste ich eigentlich, ähm, ja, wenn ich hier alles collected habe, auch keine Kisten mehr haben. Aber wir probieren es auf jeden Fall noch. In der Hoffnung, dass wir noch irgendwie was haben. Aber, ja, Season 11 ist durch. F! Das, meine Freunde, war wirklich ein sehr, sehr komisches Opening. Okay, meine Freunde, das soll es dann auf jeden Fall auch schon für heute gewesen sein. Ey, so unerfolgreich war ich in dem Opening, glaube ich, noch nie. Ja, falls das Video gefallen hat, dann lasst euch gerne trotzdem mit Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, mein Kanal kostenlos zu abonnieren, um in Zukunft kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ja, und habt nur einen schönen Tag. Spielen zu viel Brawl Stars. Hau rein. Und schüss, die Kaufske, meine Freunde. Spielen zu viel Brawl Stars. Spielen zu viel Brawl Stars. Spielen zu viel Brawl Stars.